Und da sind wir... wieder. Ok... Da hab ich die schon gesucht? Ich hasse mein vergangenes Ich. Ernst, auf den ganzen Weg nochmal? So... Schlimm genug, dass ich immer wieder flüster, oder? Uh-huh... Theoretisch... Könnte ich wirklich ein paar Minen ausgeben? Ja... 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 Ach so... Ganz großes Kino... Ja... Das wäre der einfache Weg gewesen... Ja... Ja... Dann probieren wir doch mal andere Wege als beim nächsten Mal... Ja... 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 Nein... Such dir mal. Ich habe Zeit. Ich kann sogar mal schauen, wenn ihr sucht, nicht dass die Zeit da weiterlaufen würde. Im Gegenteil, ich habe hier eine Matrix, die ich gern mit einer Splittergranate kursieren würde. Und sie habe mich entdeckt. Halt! Halt! Drücke vor! Halt! Halt! Eindringlich! Wiederhole! Alex, ich brauche kein Taxi. Ich habe meinen Piloten gefunden. Gott sei Dank. Melde dich, wenn du wieder in Prag bist. Verstanden. Na komm. Ja. 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 Ja bitte. das war dumm mein freund, das war dumm Achtung an alle Mitarbeitenden, das ist Neid General Alarm Ich hätte gerne... Ganz kurz... Und so zum Spaß, probieren wir es mal aus Ok, der Name ist direkt hier Hallo Ich würde gerne wieder... Da hoch Zurück auf meine Position Weiterhin Alarm für alle, das ist keine Übung Aber sonst ist wirklich keine mehr Sind die alle schon tot? Was ein schöner Schuss Achtung, wir haben einen unspezifizierten Alarm Wiederholen, wir haben einen General-Alarm Schatten alle Alarm besteht noch Wiederholen, wir haben immer noch General-Alarm Da haben die alle keine Waffen dabei Es sind die andere Steine Dacht Wir haben noch eine andere Die Reaktion Das ist tot. Oh, shit. Was haben wir denn da? Oh, meine, du warst da. Okay, der reagiert da drauf, also. Ich suche Vector, over. Können wir da alle mal krepieren? Ah, der trottet. Oh, shit. 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 Ich hab' euch. Das ist auch cool. Warte, 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 warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ja! Ja! Ach, aber ich traue der Sache! Ich traue die Sache! wird beim Abzug zerstört. Es muss stehen, wenn es mal weg geht. Nein, als allererstes muss ich halt vergessen. Ach so, ne, ich hätte die MP-Munition verwenden sollen. Ach, das ist ja klar. Das ist ein Reaktor. Warum evakuiert ihr hier? Ich glaube, ich habe ihm den linken Grundhimmel geschossen. Wie lange nicht? A. H. H. A. H. H. A. H. H. A. H. A. H. A. H. A. A. H. A. A. H. A. zu schleichen für jeden den interessiert was habt ihr hier für einen Schwein gestalten sieht ja fast so aus wie bei mir zuhause ist klar ist nicht entdeckt was vergessen wenn du den türkotekschlis machst du das doch bestimmt auch für den Code des Laserfels oder? ah ok bei Code erhalten Rammort 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 E E das schafft man ja ist jetzt auch egal Das ist schon deine Waffe mit ner Wunschlafen. Nimmst du den Scheiß bitte? Danke. Was hab ich das gemacht? Achso, der wäre einfach hochgefahren. Wird mir jetzt so aber eigentlich weniger gebracht. Okay, wie schaut's da oben aus? Ich geh nicht hier rüber, ich geh nicht vor nach Leischee. Patrouille meldet! Süßseite gesichert! Ich bin gut, hab ich doch, oder? Hier, den hab ich nicht. 1-3, was? Anomalyse ist gesteckt. Tracing-Procard initialisiert. Ja. Das kann den Hammer, Hammer, Hammer. Dann halt so. Es ist ja nicht so, als würde das hier noch irgendjemand stören. Bissere Menschen entstehen von innen heraus. Es ist kein Geheimnis, dass die mechanische Argumentierung eins als nächste Evolution der Menschen propagiert in Ungnade gefallen ist. Was? Was? Hauptsaußer sich zur Retro-Extinction. Also Leute, mal im Ernst, ne? Wer das lesen will? Außer drücken und so. Ich überflieg das immer nur schnell, dass das geht einfacher. Ich überflieg das. Kracht 2 ist geladen und muss gesichert werden. Slowenski, Meldung bei Kracht 4 zur Inspektion. Anomalyse aufgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Zugriff gewährt. Ursprüngliche Nachricht vom altes blauen Aurier. Hallo Nastoschka. Warum sagst du mir das jetzt? Welchen Rundkunst du dafür haben? Ist das wie aufhörer oder mach dir nur dein eigenes Schuldgefühl? Keine Rolle. Ich bin erschöpft, weil ich alles durchgespielt habe, was er hätte. Selbst wenn es wahr wäre, wie könnte ich zulassen, dass sie mich jetzt sieht? Du weißt, was ich getan habe. Andere mögen mich neu geformt haben, aber der Rest war meine Entscheidung, ungeachtet aller Zweifel. Selbst dieses Ende habe ich so gewollt. Du und die anderen haben mir wirklich zugelassen, dass ich zu dem Monster werden konnte, dass ich sein muss. Dennoch kann ich dir nicht vergeben. Vielleicht begreife ich es irgendwann. Ich kenne den Schmerz, den Niederlagen ist. Es ist wie ein Krebsgeschwür und das Liebste sein, mich schützen zu können, ist der schlimmste Schmerz von allen. Achtung an alle! Finde deinen Frieden, lass Doshka. Ich habe erkannt, dass der Tod oder die Wiedergeburt dessen, was mir lieb war, lediglich mein Ziel stärkt. Ich habe immer versucht, wegen der anderen an meiner Überzeugung festzuhalten. Von Dalsu in Lukianivska bis zum Ende, was jetzt vor uns liegt. Dulce. Nicht Dalsu. Dulce. Die Menschen haben immer einen Fürstreiter, den sie über sich stellen und zur Größe erheben. Das und nichts anderes ist die Wurzel aus der ein Tyrann hervorgeht. Bei seinem ersten Auftauchen ist er ein Beschützer. Wahre Worte. Von dem Ort, zu dem ich gegangen bin, gibt es kein Zurück und ich habe das immer gewusst. Ich muss gegen deinen Witekka. Ärger kommt auf dich zu. Ankunft in 4 Stunden. Seid bereit. Näher in uns Zielkoordinaten, 24 Grad 57 Minuten Nord, 55 Grad 20 Minuten Ost. Meteologische Daten zeigen sich schnell näher in das Hochdruckgebiet an. Erwartet zunehmend starken Wind, möglicherweise einen Sandsturm. Dubai. Vorteil bei der Operation für uns. Die Goldmasken bringen hoffentlich bessere Sicht, Farbe hin oder her. Alles deutet darauf hin, dass keine Partei mit einem Hinterhalt rechnet. Ich halte sie auf dem Laufenden. Das war Dubai. Ja gut, ich meine wir wissen, dass die hinter der Operation in Dubai stecken, aber... Zeitung, was haben wir hier denn schönes? Teil 4 von Divine James Biografische Reihe über Nathaniel Brown. Die Stadt als Produkt. Aha. 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 Batterie wäre fast leer. Okay. Was sind wir hier? Wacken schaffen. Wacken schaffen. Ist klar, ne? Ich will auch so einen verkackten Anzug. Betäubung. Jetzt hab ich die Arschgeiden betäuben würde. Letale Gewaltanwendung. Oh, der Security Computer. Wacken. Aha. Aha. Scheiße, da komm ich nicht hoch. Komm, 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 mach hin. Alarm. 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 Abschalten. Mal was. Ach so, die eine Kamera, die es gibt, habe ich getötet. Was zur Hölle ist das? Ach, eine Samistat liegt aber auch da. Wobei ich diese Verschwörungszeitschrift schon geil finde. Ganz im Ernst. Also, ich werde mir das jetzt dann in der Folgenpause gut durchlesen. Also, wenn ich hier ein Stück mache. Beziehungsweise, wenn ich schneide. Ey, ihr wisst schon, was ich meine. Ich muss mir das Ganze einfach mal anschauen und schneiden an gewissen Stellen. Und, wobei ganz im Ernst. Also, wenn du mich beim Schneiden hörst. Das hier ist eine verdammt gute Stelle zum Schneiden. Schnells, ich darf das jetzt machen. Ich habe die zweite Gange, oder? Das hier ist eine Probe. Ich darf das jetzt mal anschauen. Buhto, ich darf das Ganze- Ich darf das jetzt noch nicht noch mal selber geben. Also, meine gardien dazu. Ich habe das ja, das hier habe ich, da mal komplett организmiert. So, ich darf das hier anfangen. Das ist ja, also das, was ich kann da sein.